Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Diablo 3, die Ninja und der Mr. Fleck. Der Mr. Fleck hat hier wieder seine ganze Mannschaft versammelt. Die stehen hier wie die Football-Spieler. Schaut mal hier. Hatt, hatt! So! Ich bin viele, ich bin eine Region. Komm, lass uns jetzt hier, wir müssen nochmal auf den Friedhof. Wir müssen hier Horix Krone holen. War der hier oder war der hier? Da, wo Friedhof dran steht, ist auch Friedhof drin. Ach, da hinten! Aha! Äh, der Ninja nie guckt. So, äh, Friedhof, hier, irgendwo müssen wir in diese Grab rennen. Du hast gesagt, du magst meine Skelette nicht. Ja, die Nerven so ein bisschen, lenkt mich ab. Sobald ich einen anderen Skill habe, ich hab mir überlegt, ich mach mal... Komm, da springt da eins raus. Ach nee, das ist ja nicht für mich. Das ist nicht mal laut. Ja, mal laut. Ja, ich mach mal, ich mach mal hier. Also nicht bei euch, sondern bei uns. So, kriegt man ja hier Angstzustände. Ach, die kommen hier raus. Siehste, die erkenne ich gar nicht. Wie gesagt, ich bin fast in deinen Vergebild getreuen. Gefährten hier. Dann lass mich wieder öffnen. Äh, möglich, aber auch wieder die werden zu viele. Na ja, das kann man machen kann. Ich kau hier schon in den Zaun und seh das nicht. Ja, ja, ich hab auch viel abgetan. Komm, wir gehen mal hier rein. Das sind Bitz in Sud. Pfeilbrun. Du bist ein Heilboot, du bist doch voll geheilt worden. Ich bin voll heilig. Du bist nicht heilig. Na doch. Du musst nur sein. Da ist die Böden. Du hast dich öffnet. Du hast die Böden noch nie getötet, oder? Hm. Ich hab nicht. Äh. Die Frau da. Ach, da bin ich. Mann ey, deine Skelette ist verhörnig. Ich brauche Geisteskraft. Ich hab die weg. Ja, ich bin verdammt. Da kann man ja stehen. Ich bin ich denn eigentlich. Ich brauche gerade eins zu einer Skelette. Wie gesagt, stören die nicht. Ich muss die auch immer bezeichnen. Einfach rauskriegen die ganze Zeit in die Luft. Ich bin hier der gelbe 3. Die sind die ganze Zeit in die Luft. Die sind deine ollen Skelette hier. Meine Skelette schmeißen niemand darf. Was ist denn das für ein Dicket etwas? Die sind blau. Die kannst du mal... Nicht genug Geisteskraft. Ich hab deine Mania gewohnt und die man nicht wieder. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ich will irgendwas für Essen her. Also ich muss noch nicht mehr. Ich kann mich noch nicht mehr. Ich kann mich noch nicht mehr. Ich kann mich noch nicht mehr. Ich bin nötig. Ich bin nötig. Ja. Warte, ich suche die noch. Äh. Ja. Ich hab irgendwas eingesammelt. Was hast du denn da gemacht? Ich hab irgendwas oberbekleidungstechnisches eingesammelt. Na das ist was für dich. Ich hab den Verdacht gelaufen in die falsche Richtung. Aber das ist ein anderes. Wir waren ja äh gestern äh ja schon falsch ne? Ich will. Ich bin so heiß drauf dir Leoric zu kommen. Ich bin Leoric. Ich stehe jetzt so viel. Ich hab das hier doch noch nicht gespielt. Ich kann doch nur dir ab so einen. Huch. Wo lauf ich denn hier? Wo laufen sie denn? Ja das mag sein. Ich mach die. Ich mach die. Ich mach die. Aber da muss man kurz anhalten. Dann kann ich was anders anhalten. Dann dürfen wir hier aber nicht kämpfen müssen. Also lass mal anhören kurz. So warte mal. Ich wechsle mal kurz den Skill. Moment. So guck mal. Du hast ja sogar irgendwas verbessert. Ja aber das will ich ja nicht. Ich muss ja die Skelette rausnehmen. Dann mach die mal welche. Die Magier darf ich aber behalten oder? Jaja die beschwörst du ja nur für ein paar Sekunden. Ich kann die Skelette nicht ändern. Wieso nicht? Ich kann die nur abwählen. Warte mal. Ich kann sie abwählen und nimmst was anderes. Warte mal. Hm. Ne. Na da bei der Sense glaube ich sind die Skelette Befehle. Ich kann die nicht abwählen. Guck mal hier. Ach wie Mist ich. Ich kann die nicht abwählen. Ich kann höchstens hier. Das sind die doch. Wir sitzen die Magier. Die würde ich gerne behalten. Achso. Hm. Aber denen könnte man eine Rune geben. Naja dann mach das mal. Geschenk des Todes. So die hinterlassen jetzt eine Leiche. Ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist. Ob die eine Leiche hinterlassen. Ja das weiß ich auch nicht. Hier habe ich auch noch was gekriegt oder? Naja daneben. Was ist das? Nein andere Seite. Das andere daneben. Blut saugen. Blut saugen. Das ist doch so ein Vampir hier. Ja. Ich bin da. Ich krieg Angst. Ja. Sollten mal an. Nein. Nein. Den haue ich jetzt nicht. Hey sie sind weg. Guck ich. Guck ich. Guck einfach mal. Ja. Aber nicht bei mir. Boah. Da sind die ja schon wieder die Ollen-Piecher. Maaaaan. Die kommen von jetzt alleine wieder. Gehen die auch wieder? Nein die sind die except-Vertreter. Ja dann bezahlt doch und dann gehen sie. Ähm das ist der falsche. Das heißt wenn wir hier das Ding hier vor haben können wir uns wieder raus. Nein das ist okay dann können wir uns wieder raus bewegen. Benutzt das Ding mal. Und jetzt gehen wir wieder nach oben an die Oberfläche weil das ist das falsche Grab. es gibt drei gräber das ist die falsche okay da ist noch einmal sitz hier und weite konnten hier alle dachtet sind kerzen ich kann gerade eine skelette doch den dicken so ich dachte was wird so klassisch weißt du so an das tanz meinten als wir sind 20 sekunden Ach so, boom, 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 boom. Boah! Das war 20 Sekunden, was? Ich weiß nicht, eh, welche 20 Sekunden. Ich hab' diese Augen. Ich hab' ein Glaube. Was ist denn da? Ich untersuche. Was ist denn das für jemanden? Dann kann ich noch was blocken. Geh da hin, wo du herkommst. Mann, dann ist die Wette da. Die Füße sind hier falsch. Entschuldigung. Ich lass' dich heute hier nicht rausgehen, bevor wir nicht mindestens Leoric getötet haben. Was sagt dir der Name Leoric, was? Wie gesagt, ich hab' nur Diablo 1 gespielt. Äh, da ist ja so was dicket. Da ist ja so eine Bowlingkugel hier so. Ja, ja. Ich hab' was schubsen. Ich krieg's hier auf. Ich lass' die Luft draußen. Oh-oh. Oh-oh. Ich habe... Ich habe hier Special-Mobs gekundet. Ich benötige Essenz. Ich benötige Essenz. Ich bin hier doch Essenz. Keiner beim Vornamen hin. Da sei' ich nicht beim Nenner, sondern bei einem Rutschen. Ich würd's ja dann rausschneiden. Hm. Boah, ich bin eingefroren. Oh. Was sind das für'n Schrot? Was sind das für'n Schrot? Was sind das für'n Mist? Ich will nicht eingefroren sein. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht. Ich bin umkringelt. Warum kringelt? Ja. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Ja. Habe mal. Oh, da ist wieder was. Ich hab' es gleich. Da kann ich mich jetzt wieder belegen. Da kann ich mich jetzt wieder belegen. Da liegt ganz viel. Guck' immer. Nimmst du das mit? Ich würd' dich gern. Da bist du. Ich würd' dich gern wieder belegen. Da steht ihr seit tot. Wiederbelebungsort. Kannst du irgendwas klicken? Nein. Ich kann nix machen. Hm. Kannst du an mein Kreuz gehen? Letztes Mal hat's funktioniert, als du rausgegangen bist aus diesem Keller. Kann ja nicht raus. Hier, wo du kommst. Na, Weg zurück und raus. Ja, das ist aber soweit. Warte mal, ich hab' eine Anregel. Wie macht man denn einen Town Portal? Kannst du mir mal sagen, wo du kommst? Dann muss ich da nicht. Geh. Da. Durchsätze. Da rüber. Nach links hoch. Und da. Da. Ja. So, pass auf. Ich geh' nochmal raus und wieder rein. Dann müsstest du wieder da sein. Ja, oder? Komm mit. Das ist mal komische Wiederbelebungsmethode, oder? Hm. Na, wie sollten sonst funktionieren? So auf Schneewittchenweise? Kein Apfel verschluckt. Achso, ich dachte jetzt. Hallöchen. Ja, ich geh' nicht so auf Distanz. Ja, ich geh' nicht so auf Distanz hier. Ich geh' hart ran. Ich geh' hart ran. Ach, Mann. Ich geh' hier rum. Sobald ich grad' anderes finde, als meine Skelette... Du sollst mich hier brechen, ehe der einmal da ist. Dann ist jetzt einfach geklemmlich... Ich hab' ja. Da, die Katte verzögert die Katte. Ich hab' ja schon gemein. Ich hab' nicht gemerkt. Ja, hier der Haar da ist alles klar. Guck mal, da, nach. Ich meine, einen guten Katte hat das ja auch, ohne. Ohne noch nichts. Warten. Wir kriegen Punkte? Ja, ich krieg'n Punkte ohne Elven. Ja, die werden voll gekrotzt. Oh, da ist ein Zweifel. Ist die richtige. Ist ja voll zum Krotzen. Weil sonst hätten wir nicht das Portal hier gefunden. Die Krone ist nah. Hast du gehört? Die Krone ist nah. Das geht. Willst du mich lieber als nah oder als Fernkämpfer? Naja, ich habe auch keine Ahnung, was du da lieber sagst. Da kommt uns gleich heraus. Sag mal hallo. Da ist ja das... Ach du... Was bist du denn für ein Typ? Da muss ich jetzt nicht rangehen, weil ich... Ja, weil du ja Teil da bist. Ich habe schon meines Skeletten den super, super anders. Okay, hier also. Und da. Weggekickt und du mit deinem Speichs auf dem Rücken. So, hab dich erledigt. Äh, will der wieder rausgehen? Hier sind wir reingegangen. Also noch tiefer in die Höhlen. Ach, das ist jetzt Ebene 3? Das ist Ebene 3. Jetzt treffen wir Leoric. Also auch nicht nur seine Krone. Oh, meine treuen Skeletten. Ich bin hier an, so zu lieb. Ähm, die leucht... Lula leuchtenden Perle bespüren meine Skeletten. Ja, super. Dann bringen sie mal um. Die Lula leuchtenden Perle. Ich sehe mich gerade gar nicht mehr, wo ich bin hier in den ganzen Skeletten. Ein paar von den Skeletten sind meine, die anderen sind sie gewesen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin abgerutscht. Ich bin abgerutscht. Von meiner Tat. Hast du uns geheilt? Ja. Ich habe uns geheilt. Na, ist doch gut. Hättest du mal jemanden... Wollte ich ja nicht. Ich wollte es heißen. So, und jetzt? Guck mal, 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 guck mal. Ja, Krapsch, du rufst mal alles an. Nein, ich will dir nicht erlauben, dass wir dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslassen. Kanzler Emon. Ja. Wir gehen aber fix. So. Das ist ja wie bei Owl. Das ist ja wie bei Owl. Das ging ja, das war ja einfach. So, hast du die Krone? Ja. Jetzt sollst du, da unten steht was mit Townportal. Sprechst mit, äh, um nach Neutristam zurückzukehren, sprechst mit Hedrick. So, wir sollen jetzt erstmal wieder hier raus. Aber warte mal, warte mal, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, ein Townportal zu legen. Ja, leg mal. Ähm, ähm, kannst du mal... Nee, wie geht denn das? Wie macht man in der Konsolenversion das Townportal? Habe ich noch nicht gemacht. Guck mal in die, guck mal in die... Wir wollen eine Townportal machen. Nee, da nicht. Ich würde sagen, in die Einstellungen. Ich geh jetzt nicht in die Einstellungen, ja. Wir laufen jetzt einfach zurück. Naja, dann laufen wir halt. Warte mal kurz. Ich muss mal in den Ben H. gucken. Ja. Was ist das? Sind das Sensen? Immer diese modebewussten Totenbeschwörer. Guck mal hier, eine Kriegsachse. Aber die will ich nicht. Ist ja besser. Nee. Jawohl. Nein, das ist ja nicht. Jawohl. Was ist denn das da? Der grässliche Bodenstampfer. Ich nehm den grässlichen Bodenstampfer. Warte, ich bin noch nicht fertig. Warte auf mich. Ist der besser? Nee. Ist der besser? Ja. Oh, okay. Augen auf beim Kleidungskauf. Ja, warte. Hab's gleich. Wir sind übrigens schon wieder aufgestiegen. Mag sein. Das waren die gleichen. Hast du jetzt nicht? Doch. Achso. Nee, ich hab mich gerade verguckt. Wahnsinnig. So, ich hab jetzt, glaube ich, alles, oder? So, da ist nämlich auch schon wieder was dazu gekommen. Ja. Und das Jute für dich ist, ich glaube, jetzt wirst du die Skelette... Nee, wirst du doch nicht los. Was steht da? Vergrößert den Bereich der Explosion. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und was haben wir bei den Magiern? Mach das daneben mal hier. Da mit dieser Welle. Was ist denn das da? Und fesselt eine Nova, die allen Gegnern in der Nähe Schaden zuführt. So, machen wir mal die Nova und dann machen wir mal... Also die Nova haben wir jetzt und dann noch hier die Sense wieder. Und dann bin ich der volle Nahkämpfer. Das Einzige, was ich dir nicht ersparen kann, sind die dusseligen... sind die dusseligen Dinger da. So. Uh. Ja, das war ich ja. Na, das ist was Neues, die kriegst du hier. Jawoll. Das sind... Läutet eine mystische Glocke, die Gegner zerschmettert. Bim, bim. Mach Musik. Kannst mir mal heimleuchten. Irgendwie muss man hier das Town Portal setzen können. Ach, komm, laufen wir. Sei nicht so faul. Ne, aber das ist viel zu weit. Modus auch lauter neue Sachen gekriegt. Ja, die hab ich ja auch fleißig eingesammelt. Jetzt aber hier, da, da. So, mal was anderes anziehen hier. So, werden wir mal ein bisschen... Hat ein Glasstern? Da krieg mir jetzt ein Glasstern auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Da haben wir noch so ne ollen Schuhe. Wieso sammle ich eigentlich keine schönen Schuhe ein? Da hast du noch ne schicke Hose. Ne Fellhose. Da haben sie aus wie Chaps. Wie wat? Wie Chaps. Das sind die Dinger, die die Kargo Boys immer, äh... anhaben. Da guck mal, da hast du... Ne, das war nicht... Ja, die hab ich da schon ausgerüstet. So. Dann rufen wir jetzt vorbei, äh, zurück hier. Jetzt hören wir auf her. Das ist... Nicht auszuhalten. Er kann Action machen. Das ist falsch hier. Irgendwo muss es aber... Ne, es muss ein Town Portal geben. Wir können doch nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Bist du dir sicher, dass man das von Anfang an hat? Ja. Dann latschen wir jetzt zurück. So weit war's, meine ich. Huch. Bin ich denn jetzt hier? Ich kann mich mal laufen. Warte mal auf. Du musst die Einrichtung demolieren. Ja, aber ich hab das Gefühl, da kommen immer mehr so ne... äh, Viecher dann an hier von deinen doken... Skeletten. Ne, die müssten eigentlich bleiben. Bin ich denn? Ich kann nicht stehenbleiben, ich portier eh mal hinter dir her. Wieso ist der ein Portal? Das muss ein Town Portal geben. Jetzt sind wir hier gleich raus. Jetzt hörst du meckern. Town Portal. Hier, warte mal da ist falsch. Äh, hüpp. Hör doch mal auf. Ich kann... Ich kann meinen Unmut Ausdruck verleihen, indem ich Knöpfchen drücke. Ich kau dich gleich hier. Das geht ja nicht. So. Guck mal, da ist Kohle. Ich hab einen Grabstein kaputt im Markt. Ja, aber warum? Warte mal, warte mal, warte mal. Hier, weg da. Ihr müsst irgendwo da. Ja. Wo muss man hin? Na, Neutristram. Wo ist ein Neutristram? Ja. So. Und jetzt müssen wir mit ihmchen hier sprechen. Ihr habt die Krone gefunden. Ich hab die Krone gefunden. Hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Jetzt ist sie auch noch kaputt. Weißt du, wie man die repariert? Achtung. Guck, einmal rufhauen. Mit der Axt. Ductape. Uh. Verstehst du? Hm. Damit kann man nur alles ganz machen. Ja. Oh, hat er die jetzt ganz gemacht, der alte Schrippentoaster? Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Packt muss er sich. Mit etwas sinnvollem Ablenken, damit sein Leben wieder Bedeutung hat. Er kann ja Oriami verhalten. Ah. So. Tülü. So, jetzt kann ich denen da was verkaufen, oder? Du kannst da reparieren, verkaufen oder zerlegen. Ausbilden? Ja, den Schmied, nicht dich. Ach so. Äh, Waffen. Ja, ich kann sie aber nur, glaube ich, kaufen und nicht, äh, Du kannst auch irgendwo zerlegen. Aber das ist nicht so wild. Das sind ditte. Hab sie nicht keinen Geschmied? Du bist ja nicht, wie ich bin. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Gehst du jetzt verkaufen, oder verkaufst du da? Das, was ich nicht brauche. Das ist eine gute Idee, das mache ich auch gleich mal. Was habe ich denn da gefunden? Ein Hölzer, na, Bo. Ein Bo ist ein Kampfstab. Das gefällt mir. Was gefällt dir? Der Kampfstab. Aber den hast du ja nicht genommen. Den kann ich doch aber, ich verkaufe doch gerade. Ah ja. Den kann ich mir doch auch ausrüsten. Ja, nicht, wenn du ihn verkaufst. Habe ich ja nicht verkauft. Doch, geh nochmal hingucken. Ich habe den nicht verkauft. Ich glaube, du hast den verkauft. Ich glaube nicht, mein Junge. Tatsache, du hast den nicht verkauft. Ist er. Sollen wir die Hotpants loswerden hier? Die Hotpants, alles klar. So, halt. Ach, sie ist immer noch nicht fertig. Klung. Jetzt hast du aber deinen Ring abgelegt. Ja, dann hast du den Ring abgelegt. So, ein Ring, sie zu knichten. Warum kann ich den nicht anwaschen? Du bist mit dem Dorfbewohner. Ich wollte, den wollte ich ja nicht. So, warte mal, verkaufen. Können wir das alles da? Hier, komm, weg, weg. Die Flammen wäre... Eigentlich waren besser als das, was du gerade hast. Aber egal. Ich bin ein Totenbeschwörer. Ich renne doch nicht mit dem Schwert rum. Kannst du knicken. Und mit dieser Eitelkeit. So, haben wir noch was hier. Weil das sind eine Hose. Wird ja mal den Niedergürtel umtauschen. Da musst du aber da rausgehen aus dem Minden. Ja, ja, warte mal. Aber das kann weg hier. Du kannst nicht einen Potent-Stampfer anlassen. Was? Das ist doch schön. Was ist denn du? So, warte mal. Ich muss mal kurz die Klamotte anziehen hier. Kann man den wieder verkaufen. So. Bin jetzt mittlerweile ein richtiger Profi, was Konsolen betrifft. Merk schon. So, kann losgehen. Bis zum nächsten Spiel, ne? Ja. Krapsch mal den Heini an hier. Ich habe die Krone. Das ist Deckard Cain. Wo ist der Skelettkönig? Ach, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krone wieder zurückhören. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Der Skelettkönig steckt hinter dem Ungleichgewicht in diesem Land. Ich werde seine Herrschaft beenden und den gefallenen Stern finden. So, also. Wieder zurück. Jo. Rinder und wo müssen wir hin? Da hin, glaube ich. Jo. Ja, hier machen wir richtig. Ähm, ist denn die Frage... Achso, warte mal. Hier. Darin. Ich habe so viel gemacht. Genau. Ich habe geklopft. So, wo gehen wir jetzt hin? Gute Frage. Einfach mal... Hier, gucke mal. Da. So. Jetzt kommt der Nachkampf. Sie sehen, ich habe eine Glocke runterfallen lassen. Ich wollte gerade sagen, was für ein Ding ist da. Okay, ich habe es irgendwie geschafft. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Mein Name ist Lachdanan. Und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leo Ritz-Arne. Lebte nur für mein Land und meinen König. Das werde ich nicht tun. Niemand lebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Was ist das hier? Guck mal, ich habe eine Tür gefunden. Hier sehe ich gar keiner zuhau. Oh, guck mal, eine tolle Tour. Obala. Rums, rums. Ich habe eine Nova. Die Sense ist irgendwie nicht meins. Na, du wolltest sie unbedingt haben. Dann sagst du, ich bin ein Totenbeschwörer. Ich brauche nicht so ein Schwert. Naja, ich meine, der Zauberspruch mit der Sense. Hier fehlt es Sense. Glocke, du haust die irgendwo hin? Er kann aber nicht steuern, wo die landet. Wie jetzt? Fällt einfach runter. So. Hier verlandet, das ist unmöglich. Ja, aber ich werde während des Kampfes weggeblieben, wenn du zu weit aus dem Bild brennst. Vor allem, da habe ich hier eine dicke Vieh alleine, oder was? Ja, das hat auch die Vieh. Das hat eine Stelettviecher. Da. Da. Was jetzt? So, habt ihr mal ihm geholfen. Hat ein Akt. So. Ich bin noch nicht so weit. Da. Ich bin da. in der Stadt. Königreich Kejistan, habe ich Gerüchte über Krieger, der Zaka, Ruhm gehört. Die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Nee, da geht's nicht weiter. Das ist ein schöner Balkon, aber... Ach, da. Oh, das ist so gut. Da, wir müssen das Rekord unterbrechen. Das hat ja wirklich was Rekord. Ich muss mal die Glocke fallen lassen. Ich muss mal die Glocke fallen lassen. So. Ach, jetzt kriegen wir einen NPC-Gefährten. Und ich werde euch reich belohnen. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich muss den Skelettkönig vernichten. Da sind noch mehr. Dann sind unsere Ziele kaputt. Ich komme schon wieder in den Balken. In den Balken? Er hat diese Säule. Ich bin noch nicht wiedergehalten. Ich guck da an, hier. Ich hab grad meine Skelette für die Fernsehälter. Er darf sich nicht bewaffnen! Gucken wir sie mal rein. Nein, nein. Ich bin gar nicht, Krieger des Tempelordens. Ich bin gar nicht, Krieger des Tempelordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? Wo müsst ihr zunächst an Yonna vorbeikommen? Es gibt keine Lust, alleine zu kämpfen. Wenn ihr da aufbesteht. Ist der, glaub ich, nicht unser Begleiter. Das ist der, ach so. Das ist nur der Teleporter, den Mauma aber nicht. Na ja, da steht Wegpunkt Kathedrale Ebene 3. Na ja, das ist nur der Speicherpunkt. So, hier können wir uns hinbauen. Machst du mal die Fässer gar nicht? Nein, das ist nicht mehr raus. Man braucht mal. Dieser Rein wird sterben. Noch einer. Das ist wirklich nicht bereit. Was für ein großes Spiel? Ich hab' ne Ahnung. Ich hab' was größeres da. Ich hab' geschmolzener Diener. Oh, der ist gerade hier links. Ich bin nötig, er ist sens. Ich bin nötig, er ist sens. Nee, nee, ich bin hier hinten. Du kannst Rackling nur alleine. Was ist denn jetzt passiert? Wird ich weggeziehen? Warum? Wird ich nicht. Wird das jetzt dagegen? Wird ich hier unten? Wird ich hier unten? Direkt da. Hau. Ich bin nicht sicher. Warum weg? Was machst du da oben eigentlich? Das ist ganz möglich. Was ist der Explodiert? Was hast du denn voll krass? Ich hab' uns grad geheilt. Ich bin der Bomber. Ich bin noch nicht wieder bereit. Wofür? Zum Heilen. Wo sind wir denn hier? So, äh, ja. So, ja. So, ja. lecker schwarze Magie versperrt uns den Weg schwarze Magie, verpasst da rein ihr wart ein Templer Yonda so, allm kaputt überhin was macht er denn das? der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft Cormac die Mächte denen ich diene werden bald diese Welt beherrschen ist er ein Tod? wo ist er? hier ist er noch charäterischer Rödenbesucher ist das nicht so einer wie ich, ich bin ja ein Netter bitte vergeb mir mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt warte mal kurz jetzt unterbrichst du den mitten im Gespräch oh guck mal, was ist denn das? ein Langstab bin aber eigentlich gar kein egal, nehmen wir trotzdem mal hab ich mal ganz kurz einen Stab ist das Ding gut? nee so und jetzt werde ich mal ganz kurz die Sense los was war denn mal so das Ding gehen wir wieder auf deine Lieblingscharaktere die äh Magier nicht vergeben werden so wechselst du auch nochmal ledermantelung das hat sie automatisch angelegt gedankenspiegel 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 dach armschienen der vollpfosten äh die stiefel des vollpfostens ich krieg irgendwie keine stiefel ich renn barfuß rum du hast doch stiefel na nicht wirklich irgendwelche jesuslatschen ich bin Kormek Krieger des Templerordens sucht ihr nach dem Skelettkönig so müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen es gibt keinen Grund allein zu kämpfen ich stimme euch zu lasst uns Seite an Seite kämpfen so na denn aber was sagt er jetzt wir kämpfen jetzt einfach hier Seite an Seite und lasst uns überraschen das ist ja alles zu explodieren das ist schön so na komm nochmal mit hier kurz ich wollte Gold einsammeln woher wollen wir denn warum flitzen wir denn wieder so wie die besammelt hier he 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 ich hab ne Tür hier gefunden ja mach auf ich lösche mal die Glocken da ist einer iiiiih was ist ah ist so früh geschlossen die Glocke ja kassel ist wenn das passiert ich spür ich habe gesagt nicht dass ich hier mache aber ich bin noch nicht so weit ich kau schon wieder ich kau schon wieder dick den Zaun hier ich verstehe jetzt ist so roms 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 ich bin noch nicht so weit ich glaube ich glaube wir sind schon wieder aufgestiegen das heißt wir haben schon wieder neue vorliegen da ist was da kommt gar nicht so weit was ist die denn für immer ich glaube er ist tot du kannst aufhören die Wand zu verschlagen wo gehen wir hin ja ich weiß nicht ich wollte gucken ob hier irgendwo noch weiter geht aber nee geht das nicht ich muss noch mal ganz kurz gucken naja ich kann die nächsten dämlichen Skelette rufen was ist denn das hier Golem was steht da ein Golem befehl ist der ein Golem lieber wenn es nur einer ist das ist nur einer ja naja dann geht das ach ist der hübsch ist der hübscher wie ein Krebs wie sieht der aus wie ein Krebs Kribbelkrabbelkrebs so ist der der lieber ja der ist doch schick der humpelt so schön oh ich bin Igor mein Meister läuft vor mir das ist doch nicht Igor äh wir müssen unten lang oder würde ich so denken äh worin ich denn hin also Hilfe damit gehen wir uns mal lang lass das Regal in Ruhe das ist kein Weg nicht was machst du da warum beamst du dich denn nicht ich weiß nicht was ich hier treibe hier unten guck mal da geht es lang da ist es komm wir gehen mal eine Runde lesen es war es war es war toll dessen bin ich mir sicher nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer bösartiger Magie muss er hier er redet ihm ein dass er ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand folge mich aber da waren wir doch oder? ja aber da waren wir doch da sind doch schon leichen guck da mal da waren wir auch da waren wir auch hier müssen wir dann guck mal hier das sieht so aus ja da hinten sind die bösen Jungs guck mal hoch ich guck mir schon wieder so oh mein ich mach hier dein Golem der verscheucht die alle wie der verstärkt der hat immer hier so rums gemacht und welch wahnsinnig der biebt sich ja hoch hab Angst vor dem Golem der behalte den Mann der ist nicht so nervig wie diese 70.000 Skelette ja so jetzt ja bin bam bin bam mit allen Glocken gewaschen komm ruf komm ruf komm hier ist was da ist schon wieder was mit Stiefeln ach du heilige Glocke die dürfen alles ja psychische Abwehrer psychische Abwehrer ich habe diese Hosen gefunden ich weiß du hast dich nicht so schwer als eine Stiefel ich hatte keine Stiefel Hosen habe ich inzwischen oder so eine Chaps so wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken werden wir weiter healern müssen in die Richtung nicht genug Geisteskraft nicht genug Geisteskraft wie ist denn da das ist nicht möglich da ist noch ein Buch als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft ich weiß auch nicht aber ich würde fast sagen er schäumte vor Wut wir machen hier mal eine kurze Mittagspause bei den Hübschen kommst du wieder her ja machen hier eine nette Mittagspause und schauen dann beim nächsten Mal weiter jawohl ob wir den den König den König niedermerzeln können bis zum nächsten Mal bis dann tschüss tschüss